Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu World World. Ja, ab in die nächste Höhle. Wir sind voll mit Leben. Wir haben zwar nichts zum Heilen dabei, aber das wird schon gehen. Wir haben unseren tollen Schlagring, den wir auch gequipped haben. Hier ist schon wieder Kupfer, das ist gut. Irgendwo höre ich was blubbern. Steine brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt aufregende Sachen mitnehmen. Wie das Kupfer da drüben zum Beispiel. Da können wir doch schon mal mit anfangen. Bevor ich es nachher vergesse. So, das ist die falsche... Genau, da. Kupfer findet man echt häufig, ne? Ach, Obo, was soll ich denn tun? Du bist mir einer, ey. Du bist mir aber ein toller Mate hier. Wartest so lange, bis dein Kumpel verprügelt ist, ne? Und dann kommst du erst raus. Nase, du. Okay, Holz und so bin ich jetzt gerade erstmal gar nicht so dran interessiert. Jetzt haben wir, haben wir draußen gereichlich angepflanzt. Das wäre nicht so das Problem. Hier googeln mal viele. Irgendwo googelt doch noch nie was. Das ist aber unübersichtlich hier. Aha. Aha. Ein was? Nein, ein Weltraumhelm. Meiner. Cool. Und da hieß es eben noch, ich soll einen Kochtopf aufsetzen und mich zum Mond schießen. Und jetzt krieg ich einen Weltraumhelm. Wie geil ist das denn? Wo ist denn hier? Der Typ da. Den will ich erstmal wegmachen. Oh. Hat gar nicht viel wehgetan. Ein Weltraumhelm. Ein Weltraumhelm. Nice. Okay. Cool. Das ist Rüstung. Ähm. Wie benutze ich den? Ja. Wie geil. Ja. Wie cool. Ha. Foto. Wie geil. Das ist ja mal eine richtig fette Rüstung. Da kann er, glaube ich, nicht mal der Goldhelm mithalten, oder? Doch, der hat auch 40. Aber der sieht cooler aus. Der Eisenhelm hat auch 40. Aber der sieht auch viel besser aus hier. Einen Weltraumhelm, der hat nicht jeder. Haha. Wie geil. Cooles Ding. Kann ich nicht abbauen, ne? Der ist ja cool. Jetzt können wir uns wirklich auf den Mond schießen. Ja, es war wahrscheinlich jetzt auch das einzige Item, was hier drin ist. Könnte ich mir ja vorstellen. Also, ich würde in jeder Hülle maximal ein cooles Item erwarten und keine zwei. Ich sollte mal die UI wieder einblenden. Du musst leider auf. Oh, Modos. Ich wünsche dir was. Schönes Wochenende wünsche ich dir. Wahrscheinlich ist es das einzig coole Item. Also, zwei muss man ja nicht erwarten. Oh, Hülle. Aber das hat sich ja schon mal gelohnt. Als Schatzsucher. Das sieht komisch aus. Moment. Oh, da müssen wir das für das Sonar von Satnautikern. Aber er ist nur mein Kopf. Da haben wir ein schwarzer Rater. Ebenfalls eine gute Nacht. Wie spät ist es denn, dass sie alle geht? Sekunde, ich muss ja ganz kurz ein SMS schicken. So, okay. Alles klar. Gucken wir nochmal da eben. Aber ich glaube, hier laufen wir im Kreis. Dann gibt es hier noch die Abbiegungsmöglichkeit. Kampfwimmöglichkeit. Kampfwischer und Abend. Oh. Oieieieieieieie. Ich mach mich frisch. Ron. Für dich. Oh, Eisen. Oh, sehr schön. Oh Mann, Eisen und Uran. Das ist gut. War hier nicht noch mehr Uran drin? Drei Stück kann man nicht meckern. Da will ich mich nie beklagt haben hier. Da ich eigentlich noch mehr Eisen brauche, vielleicht mache ich doch die Dinger eben kaputt und frisch machen heißt in dem Fall eine Metholzigarette. Also ob ich jetzt draußen Steine kaputt mache für Eisen oder hier drin, ist ja eigentlich egal. Lass es doch mal ein paar kaputt machen. Aber Holz hole ich nicht, glaube ich. Dann nehmen wir aber nur die Erze mit und die Kohle natürlich. Das geht ja fix. Die Kohle brauche ich zum Anheizen der Schmiede. Auch ein paar Steine mit reingekommen, aber ist ja egal. Ja, vielleicht auch das Holz. Aber auf der Holz, ich habe draußen so viele Bäume angepflanzt, die müssen ja bald mal gar sein. Die Wurzeln bringen, glaube ich, gar nicht so viel Holz. Da bringt es im Baum mehr. Ups. Uh, Gold nochmal. Der hat nochmal Pflanzen und Gu dabei. Das ist auch gut. Hallo. Hallo. Gib mir die Pflanze. Achso, irgendwie ein Tafel. Ja, was willst du da machen? Das können wir nochmal wegschmeißen. Gar nichts davon. Aber wir könnten was essen. Dann können wir mal die Blume mitnehmen. Achso, den einen Stein, den wir haben. Den könnten wir auch wegschmeißen. Stimmt. Uh, das wird sich lohnen hier. Das war so klar, dass da wieder was drin ist. Oder dahinter kommen. Nochmal Pflanzen. Eis. Ein bisschen davon. Da war gar kein Eisen drin. Nee, war Kohle. Ich baue nur eins, zwei Eisenbahnen. Da ist nur Kohle drin. Und draußen musste sehr viel rennen, um so viel Stein hintereinander zu finden. Und noch eine dritte Kiste wäre auch nicht schlecht. Aber momentan komme ich mit meiner Kiste noch hin. Sortiert ist nicht wirklich. Aber eigentlich geht es noch. Manu? Ja. Und wissen wir, er hätte dabei auch schon drin sein können. Und die beiden nehmen wir noch mit und dann gehen wir raus Ja, ich weiß, ich habe Steine an, Mann Aber ich habe zu Hause noch 62 So viel brauche ich gar nicht Ich sollte wirklich mal angeln Mehr würde ich sogar nicht sagen Das ist eine gute Idee Ich habe ja vorhin schon gesagt Also vor Stunden Mensch, ich wollte eigentlich mal angeln Also einfach nur, um mir das Angeln mal anzugucken Aber dann machen wir das doch mal Wo geht es denn jetzt nach Hause? Hier war ich noch gar nicht, glaube ich, oder? Hört ihr nochmal mit? Nein Meine Achse ist kaputt Na gut Dann die harte Tour Alte Stiefel angeln Das wäre natürlich geil, wenn man Stiefel angeln könnte Das wäre natürlich auch der Klassiker, ne? Stiefel angeln irgendwie, oder? Das wäre wirklich der Klassiker Stimmt Ich weiß gar nicht, ob der Helm da drunter leidet Ich hoffe mal nicht Aber kannst du sehen, dieses Loch hatte ich übersehen Da geht es doch aber raus Da ist doch Licht Da muss doch rausgehen Natürlich geht es hier raus So, Exit Cave Yeah I'm finished Sehr geil So, erstmal Inventale machen Ne, erstmal stellen wir uns ein paar Sachen her Okay, Gold geht nicht Aber Kupfer und so können wir machen Der braucht ein bisschen Holz Können wir mitnehmen Erstmal alles umschmelzen Ähm, Eisen? Nächste Hülle bitte Nee, wir wollen angeln Ehrlich Jetzt will ich angeln Ich will unterschiedliche Sachen machen Eis, Pflanze, 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 Gu, Uran Das hat sich echt gelohnt mit dem Uran Pflanze, Pilz Machen wir uns gleich nochmal eben Eine Pilzsuppe Ja, wer weiß, was ich wieder rausfische Du kommst Ach, was mach ich denn hier mal Ähm Oh, wir können ja nochmal Eisen machen Wie geil Wir haben jetzt drei Eisenbahnen Oh, da können wir richtig was mit werben Äh, erstmal müssen wir eine neue Äh, Steinpickaxe machen Äh, ein Pilzbaum Was denn das für eine abgefahrene Idee Äh, Fleisch und Eisbaum Und Sandbaum Aber Pilzbaum Überleg doch mal Mensch, ist das logisch oder was? Äh Mysterious Goop Haben wir noch fünf Leder hier? Ja Machen wir uns noch ein Inventar Upgrade Ne, ja, das ist fies Das stimmt Das hast du ganz richtig erkannt Dass das echt link ist Äh So, wir haben jetzt eine neue Steinpickaxe Wir wollen uns eine Angel machen Gibt's eine Steinangel? Nein Äh, es gibt eine Normale Angel Und dann brauchen wir einmal Fleisch als Köder Wir machen uns jetzt eine Gießkanne Und dann gießen wir mal unsere Bäume Und vielleicht wachsen sie dann auch schneller Das wollte ich machen So, eine Gießkanne machen wir jetzt Das halte ich, glaube ich, für eine sinnvolle Ach komm Cappuccino-Time Nee, nicht Shop-Tree Wie mach ich das denn? Dribbles Das kann ich auf dem Ding wahrscheinlich gar nicht machen Weil Das Ding ist nicht durstig Die kann ich gar nicht gießen Ja, vielleicht geht's auch noch mit Gartenpflanzen Das kann auch sein Und mit Bäumen nicht Aber diese blaue Pflanze Die könnte ich dann mal gießen Ja, genau Ach, guck mal hier Dann wird sie da dunkel Ist ja schön Dann geht das schneller Ich würde jetzt ganz gerne angeln Dafür brauchen wir hier mal ein Fleisch Wenn ihr Berggamzen Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Madl Nichts davon erzählt Aber ich glaube In dem Augenblick ist es jetzt auch schon vorbei Wo ich das erwähnt habe Nee, die sind noch nicht ausgewachsen Noch lange nicht ausgewachsen Ich habe ja eigentlich versprochen Wir töten keine Tiere mehr Um sie zu essen Wobei wir wollen ja auch damit angeln Komm, wir gehen angeln Wir gehen mit dem Zehntwaschwein angeln Das wird bestimmt Spaß dabei haben Beim Angeln Angeln ist eine schöne Sache Für Jung und Alt Auch für Zehntwaschweine Oh Gott Ich habe es nur fürs Leder getötet Ich bin ein Schwein Okay Da kann ja keiner ahnen Ja, 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 die alten Sprüche Aber wenigstens sind meine Bäume jetzt ausgewachsen Das ist doch schon mal etwas Mir ist die Hand ausgerutscht Genau Ich könnte so ein Kleinfleischbomber umnetzen Aber der bringt halt wenige Ressourcen Da kommt wahrscheinlich nur ein Fleisch raus Und ich glaube Ich gehe mal davon aus Dass man nicht ohne Kühle angeln gehen kann Ich habe es jetzt nicht ausprobiert Wir haben hier Wasser Lassen wir ausprobieren Aber ich gehe mal davon aus Dass das nicht geht So Vier Da wird ja nichts anbeißen Oh Gott Scheiße Ich muss mich verteidigen Wer bist du, Bruce Lee? Meine Güte Ich möchte gar nicht wissen Was da rausgekommen wäre Wenn Ein Blobfisch Ich möchte gar nicht wissen Was rausgekommen wäre Wenn ich Fleisch dran gehabt hätte Und ich sage noch Da wird schon nichts anbeißen Kann man jemanden 3, 2, 1 Well notieren? Was ist das denn? Help After dangling your rod Into water For a while A little fishy Will appear The little fishy Will dance Around the red Dot Which will slowly Get larger Over time When the fishy Touches the red dot It will turn green And that means It's time to click The left mouse button Time it correctly And you'll snack the fishy Time it incorrectly Or it takes too long And the fishy Will swim away Crafting some bait And keeping it In your inventory Helps in several ways A fishy will probably Appear sooner The red dot Starts larger Grows faster And gets bigger Less chance The fishy will get bored And swim away More likely To catch rare fishies Okay got it Okay got it Komm fishy fishy Komm Fishy 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 Komm fishy Fishy Hm Craften Sie einen Wurm? Ja, ich brauche ein Steak, um einen Wurm zu craften. Ja, komm schon. Ja, guck schon. Komm hier rein. GrabCoin. Ich habe eine Münze geangelt. Okay, mach mal. Fischi, Fischi, komm natürlich schneller, wenn ich ihr habt ja mitbekommen, ne? Wenn ich einen Köder habe, komm Fischi, Fischi, schneller. Komm, Fischi, Fischi. Wahrscheinlich muss ich nur irgendwo hinklinken. Das dauert ein bisschen. Der gute Pfeil in den Kopf macht mich auch. Es wird Herbst. Ne, echt jetzt. Dann fährt denn die Aron. Meinst du, dass der nicht vom Angeln kommt? Das ist doof. Dann war da irgendein Event. In welche Richtung wagen der Pfeil? Oh, Gottes Willen. Jetzt weiß ich's. Ähm. Okay, du willst Stress haben? Komm hier. Komm her. Oh, Gottes. Oh, Gottes Willen. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt kann ich das nicht machen. Der Eismann ist da. Diese Bofrost-Vertreter sind so ätzend, ey. Ich muss mal kurz... Wollen wir noch was zu essen dabei? Schwierig. Ob der mein Haus kaputt macht oder wartet der, bis ich... Oh Gott, ich habe fast aus den Augen verloren. Wie auch immer das geht. Boah. Der hört auch nicht auf, hinterher zu laufen, bis ich ihn besiegt habe. Das ist das Problem. Der haut da echt gut zu. Ich glaube auch, der Helm leistet gute Dienste. Das hängt ein bisschen auch mit dem Helm zusammen, kann das sein, dass ich so lange lebe? Ja? 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 sich gerade um die eigene, der bewegt sich gar nicht so richtig, wie er sich, der macht das ganz falsch. Das war's für mich. Jai, safe complete. Uh, das war aber auch höchste Eisenbahn. Dankeschön. Die wachsen kaum noch, ne, oder? Jobt, wie? Wie, wie kommt da raus? Kommt da jetzt nur zwei raus oder kommen da doch drei raus? Ja, nur zwei. Schade. Ähm, okay. Gut, aber die können angeln damit. Komm, Fischi, Fischi. Vielleicht zu sehr im Schatten. Ich weiß nicht, ob das Spiel auf sowas achtet. Es wäre schon komisch, ne? Stimmt, ich muss Würmer bauen aus dem Fleisch. Ähm, hast du recht. Logisch. Oh, zehn Würmer aus einem Fleisch. Ja, wie geil. Komm. Nachtangeln. Ja, macht's aber auch Sinn, ne? Zehn Würmer aus einem Fleisch. Das letzte Mal mischt haben wir in der Sonne, ja. Guck mal hier, der ist wirklich viel größer, der Kreis. Und Fischi, Fischi verliert nicht so schnell das Interesse. Komm, Fischi, Fischi. Oh, ist ja viel einfacher. Ja, cool. Und ich würde sagen, ähm, wir sind bei 29 Minuten. Machen wir mal in der nächsten Folge weiter. So. Mal gucken, was ich dann angel. Erst hörbar mit Angeln, dann läuft er ab. Sie eben immer dasselbe, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.